Heute etwas ungewöhnlich, es geht um Lebensmittel, die Gulaschkanone für Leute, die sich anmelden wollen mit einem Reisegewerbe. Und zwar, außer jetzt bei Corona, da wird vieles gelockert, aber wenn Corona vorbei ist, wird es wahrscheinlich wieder ein altes Schienen fallen. Reisegewerbeanmeldung bei den Ämtern Es gibt eine reiche Gewerbeanmeldung, die ist einmal befristet und dann auch unbefristet. Die befristete ist günstiger, ich glaube, die gilt für ein Jahr. Die gilt für ein Jahr und kann man danach immer für ein Jahr oder verlängern oder gleich auch unbefristet machen. Die unbefristete ist etwas teurer, die hat man aber ewig. Da ich mir zum Beispiel hier aufgeschrieben reiche Gewerbeanmeldung. Rufen Sie das Gewerbeamt an und fragen Sie nach Ihrem Bearbeiter, holen Sie sich die Öffnungszeiten ein und bringen Sie genug Geld mit. Gewerbeanmeldung, obwohl heute, heutzutage, ist das nur noch über Kartenzahlen. Die Gewerbeanmeldung selber ist das gleiche. Dann ist das Ordnungsamt wichtig. Das Ordnungsamt kontrolliert am Stand, wenn das Reisegewerbe angemeldet ist und man hat sein Gerät, ob jetzt ein Urlaubstand oder sonst ein Standort zu stehen, der was mit Lebensmittel zu tun hat. Die jeweiligen festen Standort, ob alles nach Vorschrift verrichtet ist und weist Sie auf Mängel und Hinweise hin, die Sie zum abgesprochenen Datum beseitigt haben. Das Ordnungsamt, Gesundheitsamt macht das dann im Endeffekt. Das Zollamt ist wiederum dafür da, dass die Mitarbeiter vom Zoll in besondere Ecken kommen, wo viele Asiaten auf den Märkten sind und quasi geschaut wird, ob man selber Schwarzarbeiter oder sonstiges mitarbeiten lässt. Oder Kinderarbeit zum Beispiel. Das Zollamt dazu habe ich jetzt gesagt. Also Sie kontrollieren nur, ob Sie angemeldet sind und keine illegale Ware verkaufen zum Beispiel. Oder Schwarzarbeiter bei sich haben. Ist ja oft beim Bau so. Das Gesundheitsamt, da habe ich auch einen Hinweis, das Gesundheitsamt hat viele Vorschriften und Gesetze, die immer gleich bleiben. Erstens der PVC-Belag um die Gulaschkanone. Ein Zelt mit drei Seitenwänden. Die vierte Seitenwand ist offen, denn man muss ja auch an die Gulaschkanone ran. Ja, Edelstahlkessel und kennen Edelstahl deswegen, weil Edelstahl desinfiziert ist. Ein Waschbecken mit Abwassereimer, damit man sich auch die Hände waschen kann. Ein Mülleimer, klar. Der Gesundheitspass. Gewährung oder Reisegewerbeanmeldung. Also quasi der Schein, womit man dann auch einen Pro-Sattel, zum Beispiel Metro oder Senkros einkaufen kann. Personalausweis, ganz klar. Es wäre immer sinnvoll eine weiße Arbeitskleidung, aus dem ganz einfachen Grund. Das sieht das Gesundheitsamt eben gerne, weil man dann eben sieht, dass man sauber ist. Es liegen Krankenhaus. Wer da Flecken hat, ist unrein. Das ist ein altes Sprichwort. Desinfektionsmittel. Temperaturfühler, denn die Lebensmittel, wenn man welche verkauft, müssen bei einer bestimmten Temperatur, je nach Lebensmittelvorschrift, kalt oder heiß sein. Einen Stehtisch wäre sinnvoll, weil dann brauchen wir keine eigenen Toiletten. Wenn man Sitzbänke hinstellt, muss man irgendwo eine Toilette zu Verfügung stellen. Zum Gesundheitspass selber. Wenn man den Gesundheitspass macht, das ist ein kleiner Schein, da geht man da hin, dann hält man sich einen Vortrag vor. Wer gerade einen Schnupfen hat, nicht in die Hand niesen, sondern in die Armbeuge. Aus einem ganz normalen Grund, weil man die Hand niesst, kann man eben eine Sache anfassen. Wenn man die Armbeuge niesst, ist das eher geringer. Dann kann man das Kleiderstück mal wechseln. Wer beim ersten Mal niesen beim Gesundheitsamt in die Hand, wird man mal verwarnt. Ist okay, kann passieren. Wer aber nach der Ermahnung ein zweites Mal in die Hand niesst, kann sofort rausgehen, die 14 oder 21 irgendwo anderen für ihn hindern. Und muss sie ja nochmal bezahlen und den Gesundheitspass nochmal neu machen. Also man kann sich dann doppelte Kosten ersparen. Zum Finanzamt. Die Anmeldung. Lassen Sie die Zeit. Das Finanzamt rennt Ihnen nicht weg. Und wenn, kommt es von alleine. Sie sollten trotzdem alle Unterlagen fertig haben und so weiter. Wenn das Finanzamt kommt, füllen Sie Ihren Antrag aus zum Thema Selbstständigkeit mit der Statistik, die Sie gemacht haben. Und dann ist das eigentlich auch erledigt. Und dann warten Sie nur auf die Antwort vom Finanzamt und überprüfen das einfach normal. Das, was Sie auch ausgerüstet haben. Das war so ein Thema Ämter und Anträge beim Reisegewerbe. Bis dann noch viel Spaß und Tschüss.